Hallo und herzlich willkommen zum MobiKoch Podcast. Heute mal wieder mit einer der alten Rubriken, die sehr, sehr beliebt sind, nämlich der Schnitzelkunde. Und dazu begrüße ich natürlich den Udo. Hallo Udo. Moin. Ja, und wir machen heute wieder ein paniertes Fleisch. Heute geht es nach Russland, denn wir werden ein Chicken Kiew machen. Und kennst du das, Udo? Hast du das vorher schon mal gegessen? Ich habe es bei dir mal gegessen. Stimmt. Als wir eigentlich mal aufnehmen wollten, aber dann keine Lust hatten. Ja, damit die schnelle Variante gegessen. Genau. Für alle, die es nicht kennen, das ist ein, wie der Name schon nahelegt, ein Hähnchenschnitzel. Mit der Besonderheit, dass im Inneren auch noch eine Kräuterbutter ist. Das Rezept, also Kiew, liegt ja nun auch den Ursprung nahe. Das ist ein russisches Rezept. Ursprünglich, habe ich mir eben angelesen, wurde wohl nur Butter verwendet. Teilweise dann eben Knoblauchbutter. Heute ist eher üblich, eine Kräuterbutter zu nehmen. Und wir werden gleich mal besprechen, wie wir unsere jeweilige Variante herstellen werden. Vielleicht auch noch interessant gestoßen bin ich auf das Rezept eher, als ich mal eine Episode für den Hobbykoch-Podcast über britische Kultur, also Küchenkultur gemacht habe. Und das Chicken Kiew ist wohl eines der Gerichte, die man häufig in britischen Gaststätten antrifft. Ich vermute mal, das kriegt man dann fertig vorbereitet, also so gefroren und muss das dann nur noch in die Fritteuse werfen. Und da hat sich das aus welchem Grund auch immer irgendwie etabliert. Ja, interessant. Das gehört die Engländer, aber komisch. Die essen doch eigentlich nicht so gut, dachte man immer. Ja, eben und wir haben es ja nun schon probiert und das ist eigentlich eine sehr, sehr leckere Angelegenheit. Diese flüssige Butter im Inneren des Hähnchenfleisches, also da kann man auch schlechtere Sachen essen. Das stimmt. Ja, wie wirst du dein Chicken Kiew machen? Also ich habe Hähnchenbrust gekauft und fertige Kräuterbutter, weil ich da jetzt keine Lust hatte, heute noch hier Kräuterbutter anzumischen. Ja, und dann werde ich mal in die Panade was probieren, nämlich Paprikapulver mit rein und Zitronenabrieb, wobei ich keine Zitronen habe, aber ich habe noch eine Limone. Also packe ich da ein bisschen Limonenzesten mit in die Panade rein. Die Frische vom Bäcker. Klingt spannend. Und du wolltest, du wolltest auch noch irgendwie besonderes Paniermehl machen, bleibt das dabei? Ja, nee, da hätte ich das Brötchen früh noch kaufen. Es gibt bei unserem Bäcker hier nämlich, aber das erzähle ich dann in der nächsten Folge, gibt es ein sogenanntes Meersalzbrötchen. Das ist so ein dunkles Vollkornbrötchen mit Salz und irgendwelchen krassen Gewürzen. Und das schmeckt mega. Und die Frage wäre, ob man daraus auch Paniermehl machen kann. Das werde ich dann irgendwann mal testen. Wäre ja zu vermuten. Du hast ja neulich schon mal so geschwärmt. Muss ich eigentlich auch mal probieren. Mal sehen, wann ich da in deiner Ecke bin, damit ich dieses legendäre Meersalzbrötchen probieren kann. Aber ich werde auch eine ganz konventionelle Panade machen. Das heißt, ich mache die Panade jetzt ja selber immer aus altem Weißbrot oder Brötchen. Und habe mir so angewöhnt, da bei der Küchenmaschine die gröbere Raspel zu nehmen. Sodass auch größere Stücke dabei sind, die dann so ein bisschen einen Effekt haben, wie dieses Panko, also dass dann eine dickere Panade und eine krossere Panade noch entsteht. Und die Kräuterbutter werde ich selber machen. Mal schauen, was mir so einfällt. Also da kann man ja dann immer nehmen, was man so findet. Ich habe hier auf dem Balkon jede Menge Petersilie. Knoblauch, Bärlauch habe ich noch da. Ein bisschen Zitronentymian werde ich reintun. Vielleicht noch Rosmarin. Ja, und dann mal gucken, was ich noch alles noch erbeuten kann hier in meinem näheren Umfeld. Ja, das ist natürlich immer gut, wenn man frische Kräuter im Garten hat oder auf dem Balkon. Genau. Und der Bärlauch hat ja im Moment Saison. Von daher muss man dann, ein bisschen Knoblauch werde ich trotzdem reintun. Weil zu viel Bärlauch wird dann ja etwas bitter. Muss ich immer wieder erschreckt feststellen. Von daher. Und auch da könnte man jetzt zum Beispiel Zitronenzesten reintun. Ich weiß nicht, du wirst ja nachher berichten, wie das mit der Panade funktioniert. Da ist ja die Gefahr groß, dass das dann ein bisschen zu heiß wird beim Garen. Aber in die Kräuterbutter kann man das auf jeden Fall immer mit reintun. Denn im Inneren des Hähnchens ist es ja dann geschützt. Genau. Ich werde auch einfach zwei machen. Eins mit normaler Panade. Und das andere dann mit Gewürzpanade. Mit Gewürzpanade. Genau. Ja. Weil ich auch nicht weiß, ob das Paprikapulver dazu überlebt. Das sollte es. Also es ist ja auch eine typische Grillzutat, Grillmarinadenzutat. Das müsste eigentlich gehen. Vielleicht noch zur Zubereitung. Der Witz wird ja sein, in das Hähnchenbrustfilet eine Tasche reinzuschneiden. Da ist so der typische Ansatz, dieser Schmetterlingsschnitt. Also es mehr oder weniger fast ganz durchzuschneiden der Länge nach. Ich hatte so den Eindruck, als wir das vor einiger Zeit mal ausprobiert haben, dass es dann doch noch relativ dick ist. Ich werde mal sehen. Vielleicht schneide ich das sogar durch und mache dann aus den Hälften noch mal solche Taschen. Und dann kann man es hier natürlich auch noch ein bisschen platt klopfen mit dem Fleischhammer, damit es eben mit der Füllung nachher nicht zu dick wird. Genau. Und der Trick ist, glaube ich, auch noch nicht zu viel Butter reinzumachen. Weil das Fleisch schießt sich auch noch zusammen. Oder wenn ich das Ding jetzt randvoll mit Butter mache, Fleisch zieht sich zusammen, Butter wird flüssig. Das kann man sich ja vorstellen, was dann passiert. Ja, eben. Nee, und dann lieber ein bisschen ins Innere der Fleischtasche sozusagen an der Seite reinlegen. Dann kann sich das noch ein bisschen ausdehnen und verteilt sich so oder so dann beim Erwärmen in dieser Tasche, die man geschnitten hat. Also weniger ist da auf jeden Fall mehr. Ja, machst du noch irgendwas dazu? Nee, ich habe jetzt mal den Udo-Ansatz gewählt und heute gibt es keine Beilagen. Das heißt, ich habe hier so Kartoffelpüree-Pulver. Mal schauen. Wenn es mich überkommt, dann mache ich da noch ein bisschen Kartoffelpüree. Weil das ist, glaube ich, ganz schön, um die Kräuterbutter dann noch ein bisschen, die dann ja beim Anschneiden rausläuft, noch ein bisschen aufzufangen. Aber ich gehe jetzt erst mal davon aus, dass ich nur das Chicken Kiew mache. Das geht ja eigentlich als komplette Mahlzeit durch. Ja, ist ja alles dabei. So ist er quasi mit eingebaut. Genau. Gut. Okay, dann gehen wir jetzt wieder in die Küchenpause. Genau. Und dann hören wir uns später wieder und berichten von unseren Ergebnissen. Genau, bis später. Bis später. Bis später. So, da sind wir wieder. Und wie ist es gelaufen? Ja, es war, also ich fand es ein bisschen kompliziert, wenn man das nie gemacht hat, diese Tasche da reinzuschneiden. Also bei mir war es dann eher keine Tasche, sondern ich habe das ganze Ding halt quasi halbiert aufgeklappt und dann die Butter da reingelegt und ordentlich zugeklappt. Und das ging sogar ganz gut. Also bei einem Ding floss ein bisschen was raus. Es war aber auch nicht so, ja, hat die Natur halt ein bisschen schief und krumm gemacht. Aber bei den anderen beiden, die ich gemacht habe, war alles super. Ja, also ich habe da jetzt auch nicht großartig da Taschen geformt, sondern das genauso gemacht wie du. Also da das Ganze ja paniert wird und entsprechend mit einer Eierpampe versehen, klebt das eigentlich ganz gut zu. Wenn man sich an deinem Rat hält vom ersten Teil, dass man da nicht zu viel Kräuterbutter reinstopft. Und was ich jetzt beim nächsten Mal anders machen würde, ist, ich habe die Butter, um die Kräuterbutter anzurühren, so ein bisschen bei Zimmertemperatur stehen lassen, damit sich das leichter vermengen lässt. Und habe das dann gleich weiterverarbeitet und die Händchenbrust damit befüllt. Da ist jetzt quasi außer den Kräutern nicht viel zurückgeblieben. Also wenn man es vorbereitet und dann die Sache noch mal in den Kühlschrank stellt und die Butter noch mal ein bisschen fest werden lässt, dann hat man eher diese cremige Butter, die dann noch ein bisschen Struktur hat. So ist die jetzt ziemlich in das Fleisch eingezogen. Ah, okay. Ich hatte meinen Kühlschrank kalt. Und das war nachher noch schön flüssig. Ja, also ist jetzt auch nicht schlimm gewesen. Der Geschmack der Kräuterbutter hat sich dann natürlich in dem ganzen Hähnchenfleisch verteilt. Aber dieser Effekt, den man hat, dass man es anschneidet und dann noch so Butter da rausläuft, war jetzt nicht mehr so extrem. Ja, so war es bei meinem Stück, was halt das Leck hatte. Aber ja, ging auch. Und geschmacklich, würdest du das noch mal essen wollen? Ja, wobei ich dann, glaube ich, eine eigene Kräuterbutter machen würde. Und tatsächlich noch, ich wollte ja eigentlich Zitrone an die Panade machen, habe ich natürlich vergessen. Ich glaube, das würde ich noch mal ausprobieren, das noch mal zu tun. Also ich fand es, das war jetzt ein bisschen nicht langweilig, aber zu gewöhnlich, weil Fleisch mit Kräuterbutter. Da hätte man es auch obendrauf machen können. Aber ich glaube, wenn man das noch, auch gerade mit frischem Knoblauch und so noch macht und mehr Zitrone, dass es vielleicht noch besser ist. Genau, da kann man natürlich dann an der Qualität und an dem Geschmack noch mal einiges verändern oder auch mal andere Gewürze reintun, was man halt gern mag. Diese Welt der Schnitzelfüllung, da haben wir ja noch längst nicht alles von den konventionellen Rezepten ausprobiert. Und dann kann man ja auch noch Freestyle-mäßig verschiedene Varianten selber erfinden. So sieht es aus. Ja, wir könnten uns noch überlegen, was wir das nächste Mal in der nächsten Folge besprechen wollen. Könnten wir ja mal wieder was erforschen eigentlich. Ja, gerne. Hast du schon einen Themenwunsch? Man könnte tatsächlich noch mal nach der Panadenoptimierung, Tuning gucken. Ja. Also das, was ich heute meinte mit Zitrone oder mit Paprika oder mit Gewürzen. Das wäre eine Sache, die man ausprobieren könnte. Ja, dann lass uns das doch machen. Machen wir doch das. Genau. Also vielleicht, wenn hier die Zuhörerinnen und Zuhörer eine Idee haben oder was schon mal selber gemacht haben. Gerne her damit. Genau. Ihr könnt, erreicht uns auf jeden Fall auf Twitter. Wenn ihr dann für die nächste Folge schon Panadenideen habt, die wir noch nicht in unserer ersten Forschungsepisode dran hatten, dann gerne immer her damit. Ja. Okay, Udo. Dann danke für deine Forschungen. Und euch da draußen wünsche ich wie immer alles Gute. Viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren. Und tschüss. Tschüss. Gute Zeit. Tschüss. Gute Zeit. Zuhörer observiert. Tschüss. 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 Tschüss.